Hallo, wir sind mit Alexandra, Dieter Mada, hundertprozentig zufrieden, die hat sich um alles umgekümmert. Ich muss wirklich sagen, von A bis Z hat alles geklappt. Wir hatten immer einen Ansprechpartner, wo wir uns wenden können und es hat auch immer funktioniert, auch ganz kurzfristig. Und auch an den Detail haben wir Danke zu sagen. Also die Stimmung ist super, die Leute freuen sich, die haben Spaß, DJ Legas ist heute für uns da, wir freuen uns schon auf die nächsten Stunden. Die freie Traum war der Hammer von der Alexandra, wirklich sagen, TikTok kann man nur weiter empfehlen. Dankeschön für alles. Dankeschön.